Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Zeugs ein, können wir in Zukunft bestimmt irgendwo viel gebrauchen. Nein, nicht in die Ratten reinrennen. Und jetzt hier hoch. Es wird schon fast morgen hier. Das sind ganz schön viele. Ich bahne uns einen Weg. So, irgendwie werfen. Ich gehe zuerst. Ja, gewiss. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass... Es mir... Nein, es tut. Wir warten. Die Lichter sind aus. Nein, nein. Meister. Lukas, warte. Der ist die Liefer. Dritte Band. Na toll. Wir müssen weg. Jetzt. Meister. Hey, halt. Wir brauchen dich. Sie, das Pferd. Na toll. Wir müssen hier weg. Wir go. Lukas. Ich bin hier. Wohin führt dieser Weg? Lukas. Wohin führt er uns? Zum Fluss? Ja. Die Mühle brennt auch. Das ist toll. Nicht. Äh. Ja. Wir müssen ein neues herstellen. Boat. Gleich hinter der Mühle. Na dann los. Amicia. Die Windmühle. Steht fast in Flammen. Wo soll es gehen? Lukas. Hier entlang. Nice. Was? Ein brennender Mühle. Auf, auf, auf. Und jetzt auch noch. Auch noch auf 10 km beschleunigen. Witsch, 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 witsch. Ich will mal kurz genießen. Brennen sind die Mühle-Räder. Das sieht man nicht alle Tage. Nein, nein, nein. Lauf! Es passiert schon wieder. Das darf ich nicht genießen. So, Mist. Ähm. Ja, gut. Es ist alles mit X. Ich hoffe, wir hatten irgendwo ein Safepoint. Ich, dass wir wieder am Doktorenhaus anfangen müssen. Ah, ja, ja. Wohin jetzt? Wohin? Wohin? Da drüben ist ein Boot. Gleich hinter der Mühle. Na dann los. Amicia. Die Wildmühle. Steht fast in Flammen. So soll es uns gehen. Luca. Hier entlang. Und los. Wenn die Gucken gucken. Mehr rennen. Nein. 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 Lauf! Es passiert schon wieder. Wieder für sich selbst. Und blew uns das. Kapitel 5, die Beute der Raben. Die Beute der Raben, die Beute der Raben. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich. In Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder gut noch böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein. Ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Ügo, wach auf. Komm, Ügo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Chateau d'Ambrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Ugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Hm. Bis schaut ihm zurückzu. Okay, weiter geht's. Zum Aquädukt. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Hopps, hopps, hopps! Hugo, wo willst du hin? Klonk. Hugo! Mit dem Kopf gegenstoßen. Das ist gar nicht schlecht. Er lag da drüben, auf der Erde. Hört zu, Hugo. Du kannst werden schon gebrochen. Das ist nichts für Kinder. Ich kann es gebrochen. Darf ich es haben? Darf ich den Schild haben? Wie das stinkt. Ich will nicht immer nur mit der Steinschleuder. Ich will, das ist... Ich will auch mal ein Schild werfen. Äh, wo langt? Hier langt, da langt. Ich glaube, jetzt hier mal verloren. Ich glaube, hier langt. Ich meine, hier langt. Wäre mal schön, mal irgendwann mal endlich was ausgerüstet zu haben. Mal ein bisschen, ja, ähm, ein Schwert und ein Schild. Oh mein Gott. Sind Sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen den Abschluss vollkommen. Da gab es einen großen Krieg oder so. Ein gebräerter Schlachtfeld. Ja, hier, hier gab es eine Schlacht. Amicia, müssen wir über Sie drüber laufen? Ja, Hugo. Kann man es vielleicht ein Schwert und ein Schild benennen? Vielleicht hat hier irgendjemand ein Schwert. Ob wir Ihnen wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Diesen Maus tut, dem tut gar nichts mehr weh. Ja, hier bleiben ist jetzt blöd. Besteckt hier irgendwo ein Schwert in der... Diesen Schwert. Nehm doch ein Schwert und ein Schild mit. Eine Schande. Oh nein. Bleibt weg von Ihnen. Amicia, Sie sind überall. Hunderte von Ihnen. Sonst ist das auch für mich wahr sein. Eine Schande, dass wir hier nicht... Dass wir kein Schwert und kein Schild nehmen können. So. Sehr schön, vielleicht kommen wir dort lang. Und da ist ein Schild für Neusteiner. Da fehlt mir Alkohol. Alol. So. Das Alkohol. Ah, hier lang. Jetzt können wir endlich wieder springen. Das sind keine Soldaten. Was haben Sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Oh, scheiße. Ich wollte zum Feuer. Das Feuer war... Ja. Ein Zentimeter entfernt vom Feuer. Au. Ich dachte, wir können durchgefroßt. Das ist so, ist so. Da war noch eine Truhe. Da war noch eine Truhe. Ach, nee. Da drüben sind... Ja, Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben Sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Nein, nein, nein. Ach, komm. Du willst mich doch verarschen. Okay, wir müssen da einen anderen Weg finden. Wir müssen da nur einen zweiten Schalter aufnehmen. Nehmen den... Nehmen den... Nehmen den... Entzünden. Oh nein, wir ratten. Bleib weg von Ihnen. Amicia, Sie sind überall. Hunderte von Ihnen. Ich muss hier wieder lupen. Das lässt auch doch nicht wahr sein. Ach du Scheiße. Ich vergaß. Ich vergaß. Da war ja was. Das Pferd. Lukas? Ich... Ich weiß es nicht. Äh, ja. Na gut, müssen wir uns mal angucken. So, jetzt hier. So, hier. Und jetzt do es. Nein, do es. Again. So, wait. Wo? Wo können wir hin, um... Ich vergesse nicht alle. Ja gut. Verkarrt. Ach so, Alkohol. Im Netz vielleicht. Können wir. Ah, geht doch. Ah, okay. Mit irgendwas anzünden hier. Können wir nicht. Ah, ich vergesse nicht. Aha. Okay. Das war dumm. Besser ziehen. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja, gewiss. Ich hätte nicht gedacht, dass das so sch... Kannst du bitte mit Hand anlegen? In Ordnung. Kannst du mir helfen? Gut. Hör zu, du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Und was genau hat er gemacht? Hier, bitte. Au, meine Arme. Sie ist irgendwie gelähmt. Ah, okay. Er hat einen Stock geholt. Die gibt's nirgendwo einen anderen Stock. Den wir... Ja, es ist... Ja. Spielelogik. Immer wieder bezaubernd. Wir können uns diese speziellen Stücke für einfach gerne benutzen. Das andere wäre ja blödsinn. Irgendwo einen Heueraufnehmer anzünden können. Ja, Sighi. Lass mich jetzt nicht von ganz von vorn anfangen. Bei dem Pferd. Ah, sehr toll. Immerhin. Kannst du mir zur Hand gehen? Unverzüglich. E-drücken. E-drücken. Äh, ja gut. Es hat einen Haken. Diesmal haben wir wenigstens getroffen. Kannst du bitte mit Hand anlegen? In Ordnung. Tschüss. Hugo. Hör zu, du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. In der Falke müsste man, glaube ich, da drüben zu dem anderen. Gut, jetzt komm zurück. Hier, bitte. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. Ist dort zum nächsten Falke, würde ich sagen, oder? Ansonsten... Wüsste ich auch nicht. Hey, was war das? Wer ist da? Doktor Hinsgras, schnell, er darf und nicht sehen. Wer ist hier? Äh, ja, das mit dem Gras. Wo ist der Gras? Dr. Hinsgras, 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 Hinsgras. Ich, ich, alles klar. Er kommt. Äh. Na ja, das war ja sehr erfolgreich. Man könnte meinen, von hier aus kann man ja nicht mehr verfehlen, aber okay. Von wegen. Laterne. Laterne, 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 laterne. das war nicht gewollt ach komm, lenkt mich doch als ob ich diese verdammte Laterne nicht treffe verarsch mich doch nicht ich kann eine kleine Laterne nicht treffen als obi ist das denn so schwer eine kleine Laterne zu treffen scheinbar ja scheinbar ja scheinbar ja du dich ins Gras und verwichste Laterne treffen erst mal die scheiß Laterne treffen ich weiß nicht wo du bist das war relativ dicht dran irgendwann in 50 Jahren schaffen wir das auch mal das ist hier im 800 Versuch die Drecks Laterne die Drecks Laterne das kann doch nicht ja 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 laber du seine Laterne wie soll ich seine Drecks Laterne treffen das Ding ist so klein das Ding ist so klein dass da scheinbar mit einem Stein nicht viel an aus tun kann auf welchemischen Niveau zu ich treffe seine Laterne ich alles klar er kommt ich treffe seine Laterne seine verfickte Laterne nicht ok ok das war uneffektiv und die Faschisten müssen Steine auf die Faschisten und Laterne schießen das müssen wir auch kriegen das müssen wir auch kriegen wo ist die Zeit und nicht sehen Amicia seine Laterne ich alles klar ihr kommt raus die verschissene Laterne die verschissene Laterne hey was war das ooooh geht euch ins Gras schnell der darf und nicht sehen Amicia nicht seine Laterne ich alles klar die verschissene Laterne wer hat euch geschickt kommt doch mal her keiner hier keiner hier keiner hier ich beschütze unsere Männer ah ich hatte alle hin nein Amicia what the fuck hey was war das wer ist da doch durch ins Gras schnell er darf uns nicht sehen Amicia seine Laterne ich nicht noch einmal in diesem Spiel auf eine scheiß Laterne schießen muss Steine da drüben geht doch schissene Laterne niemand hier vielleicht von hinten vielleicht von hinten da ist doch nochmal ein bisschen weg geht Ah, bitte. Das hat den Angeln gedauert. Das hat den Angeln gedauert.